Angela, wo bin ich? Angela? Angela? Are you there? I can't hear... Verdammt, I lost my earpiece. Autounfall, bei einem Autounfall. Darf ich jetzt auch mal zur Sprache kommen? Ich wollte vorhin sagen. Wenn ein Hauptcharakter in dem Spiel Gefühle hätte, würden wir jetzt wissen, wie sich dieser Hauptcharakter fühlt, wenn alles um ihn herum einfach bloß für ihn aufgebaut ist, dass es so aussieht, als ob er in einer richtigen Welt leben würde. Und wenn man sich das so überlegt, ist es schon ein bisschen verrückt und sehr traurig. Alles einfach Fake, ne fucking Shitshow, Trash-TV von Feinsten. Unglaublich. Und was Trevor hier wirklich alles durchleben muss. Ich muss wirklich nahe zu dem Dome-Exit. Ich muss rauskommen. Und wie viele Lügen aufgedeckt werden, das muss für ihn so schwer sein, wenn sein ganzes Umfeld einfach zusammenbricht und die ganze Welt... ...wie er sie kannte. Und wie er sie kannte. Einfach Fake ist. Leise, leise. Ich bin da auch überall, diese Leute. Diese Interceptor. Oh, shit. Sonne! Oh, mein Bruder! Ah, ich habe fast meine Bruder! Komm schon, Trevor. Komm schon, du musst weitergehen. Oh, jeez. Komm schon. Ich bin im Schraub. Ich bin im Schraub. Ich bin schraub. Das kann ja lustig werden. Natürlich kommen noch mehr. Dome Exits. Wir sind fast da wahrscheinlich. Aber ich glaube es wird wieder einen Umweg geben. Natürlich bewegt sich das Auto mit uns. Ist ja klar. Ohohohohohohohoho. No 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 no. Okay. Das war knapp. Komm schon irgendwann musst du ein Ende haben. Die behandeln ihn wirklich wie der grösste Staatsfeind. Ohne Verluste. Never. Niemals kriegt er mich. Niemals. Ja. Die wollen dich ja umbringen. Und haben es geschafft. Ja. 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 Kann ich Tut weg? Ich kann nicht glauben, dass diese Person an mich sch holen wird. Ach so. Das war er, er fliegt von rechts nach links. Noo, shit. Ist so mies Wir müssen nachher die Burgstar hinüberkriegen Komm schon Go, 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 go. Ich hasse diese Stellen, ehrlich gesagt. Ich finde das so doof. Aber, was soll man machen? Oh, shit, jetzt bin ich tot. Ich habe so stupend gesehen, dass man da was drücken muss. Ja, wow. Aber so was wird abgelassen. Ich glaube, es ist besser, wenn man langsam hier vorgeht. Okay, haben wir ihn abgeschüttelt? Los, 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 los! Trevor! Komm schon! Er hat mich da jetzt nicht stehen bleiben dürfen. Komm schon, renn um dein Leben! Ernsthaft? Was soll man da jetzt machen? So, ich muss wahrscheinlich da rein. Ich muss da rein. Ich glaube, ich muss da schon ein bisschen rumspringen, dass ich da runterfalle. Könnte es die Lösung sein? 10-392. Die Wasser-Treatment-Station ist eine restriktive Umgebung. Stopp! Immediately! Jetzt weiß ich ja, dass der andere kommt. Dammit, nein! Runter! Water-Treatment-Station 4. Oh mein Gott! Das war knapp. Jetzt, wo bin ich? Das war anstrengend. Anstrengend. Okay. 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 Kurz mal schauen. Okay. Wahrscheinlich müssen wir den Wagen da oben runterkriegen. Und das machen wir jetzt. Nope. Indem wir hier das Wasser steigen und sinken lassen. Weil jetzt sollte hier die Tür dann gleich aufgehen. Dann schieben wir den rüber. Drücken zweimal auf den Schalter. Ja doch, die Kissen sind im Hintergrund. Sollte gehen. Wir sagen, auch immer wir diesen Wagen da brauchen. Aber ich hinterfrage das jetzt einfach mal nicht. Ah, ich sehe. Glaub ich auch nicht. Wahrscheinlich wäre es auch nicht gedacht, dass man das hier so erkundet. Und wo es ein bisschen komisch aussieht mit diesen Leitern und alles. Aber wer weiss. Und gleich kommt bestimmt wieder eine Verfolgungsjagd. Hm. Ah, das schaffst du doch schon. Geht jetzt wieder runter. Dann. Hoffentlich da raufspringen. Um dann noch umzukommen. Das ist echt sportlich, diese Trevor Phillips. Äh, Phillips. Das war jemand anderes. Hm. Okay, das ist auch falsch. Ah, wait. Oh no. Einmal draufspringen. Tschüss. Schlau. Schlau. Schlau, schlau, wenn man es denn am ersten Mal checken würde. Nichts so wie ich. Gleich passiert was. No. Was? Nach unten? Komm schon. Run, Trevor, run. Don't exit one mile. Also geschafft hat es ja, also, ich meine, überlebt. Aber, ob er da in diesem Verhörraum draussen ist, also drin, das ist die grosse Frage. Oh shit, die ganze Kavallerie kommt wahrscheinlich gleich. Ähm. No! No! There's no way out. Oh, what do I do now? There's a retractable bridge down there. If only Angela were here. Damn it! Shit. It's over, 10-3-92. Don't do anything stupid. Just raise your hands and surrender. Oh, okay. Okay. I-I give up. I've been dealing with dangerous individuals for my entire career. So my measures, extreme or not, are not up for discussion. That's the way I work. Period. If you are looking for a little tender, loving care, hire a babysitter. But if you want to make sure that nobody leaves this city, I am your man. Hit him. What? Hey, no! I just surren- Ah! Ah! Shit. We got 10-3-92. We're bringing him to the core. We're bringing him to the core. Hey!